Hallo Leute, willkommen zurück zu Faktorio mit Bob's Mods. Und heute gehen wir daran, unsere Basis etwas mit mehr Eisenbahn auszuplanen. Und dafür werden wir hier zuerst mal die geplanten Stücke fertigstellen. Jetzt, da wir Roboter haben, ist es mir eine Zeitfrage, bis die da nachkommen. Und hier oben haben wir ein Template, eine Blaupause für eine Ausladestation. Und irgendwann müssen wir da dann die Greifarme ersetzen mit schnelleren und besseren. Aber fürs Erste wird es das tun. Und was wir nun benötigen, ist mehr vom Gleichen. Das ist eine für Eisen. Und wenn wir uns dann überlegen, wo kommen die anderen Bänder auf dem Bus hin, werden wir darüber eine für Kupfer brauchen. Dann, wir werden, hier haben wir Eisen, Kupfer, dann eine für Zinn, Stahl und Blei. Und die anderen werden wir nach unten legen und zu Unterst oder zumindest so weit unten, wie wir da dann planen können, werden wir Kohle haben. So, dass wir hier auf diesem Band für die Befütterung der Maschinen, der Lokomotiven, dass wir das da so machen können. Und ich kopiere einfach mal das hier. Und wenn wir das so hin machen, dann sollte alles gebaut werden, sofern ich die nötigen Materialien habe, wovon ich ausgebe, dass ich sie nicht habe. Denn mir fehlen zum einen Kisten und sicherlich auch einiges an Greifarmen. Aber wir können hier nach unten gehen und hier hinten das ist eins zu weit raus. Denn wir müssen hier nach oben gehen. Und wie gesagt, wir werden keine Verbindung hier nach gerade draussen haben. Nur hier. Hier müssen wir von oben kommen. Da können wir von oben oder von unten kommen. Und was wir dann hier sicherstellen müssen, dass wir diese Station umbenennen. Denn das ist eigentlich könnten wir diese zu Eisen machen. Denn ich glaube, hier nach unten haben wir etwas mehr Spielraum als momentan nach oben. Und was wir dann eben noch benötigen, sind Haltestationen hier oben, so dass wir von oben kommen können, hier unten reinfahren und das Ganze verbinden. Aber ich denke, ich werde erst mal ein paar Stationen hier platzieren. Und dann kümmern wir uns um den Rest der Gleisanlage, was wir denn sonst noch so benötigen. Wir haben inzwischen einige Bahnhöfe fertiggestellt von Kohle ganz hier unten bis zu Lithium ganz hier oben. Außer Kohle alles Bahnhöfe, für die wir noch nicht wirklich was auf dem Bus haben. Und das nächste was wir brauchen, wenn wir hier von unten nach oben schauen, Stein, Ziegelstein, Eisen, Kupfer, Zinn, Stahl, dann Blei und hier hinten kommt dann noch Silizium drauf und hier unterhalb vom Stein wollen wir noch Messing und Bronze haben. Das heißt, wenn wir hier mal ja, wahrscheinlich kopieren wir einfach dieses Setup hier und fügen das oben ein. Das wird dann unser Messing werden. Obendran machen wir dann Bronze, gehen dann zu Stein über und all den anderen Dingen, die wir auf dem Bus haben und welche wir auf den Bus bringen können. Wir sind beim obersten Bahnhof angekommen, einen für Silikon und wenn wir in die Map View wechseln, sehen wir, wir haben eine ganze Reihe an Bahnhöfen, um die fertigen Produkte auszuladen und es sind noch nicht gar alle Produkte, denn viele der Legierungen und sonstigen Produkte, die habe ich völlig außen vor gelassen, denn da bin ich mir nicht wirklich so sicher, müssen wir die in großen Mengen haben oder können wir die oder können wir die wo wir sie brauchen vor Ort herstellen aus den Materialien die wir haben und ich hoffe ich habe genug Eisenkästen was wir hier nun effektiv noch machen müssen ist ein paar zusätzliche Gleise verlegen wir brauchen hier wahrscheinlich ein paar mehr Wartegleise für die Bahnhöfe die oberhalb der Meter sind aber wir brauchen auch einen Warte Bahnhof für alles was unterhalb ist und dann müssen wir natürlich auch unser Hauptgleis hier drüben mit dem mit dem ganzen Rest verbinden und hier brauchen wir dann auch irgendwo Signale die haben wir hier auf der Außenseite wenn wir hier ein Signal machen und hier haben wir da Platz für einen Zug Lokomotive und nein wir haben vier Waggons das heißt wir brauchen eins ungefähr hier ja und dann auf der gleichen Höhe gegenüber auch wieder einen dann machen wir hier wir wollen hier eigentlich überall wo wir wo wir Signale haben auch einen Strom Massen und ich denke da muss ich erst mal das so machen was wir dann hier schauen können eins zwei drei vier fünf dann auf dieser Seite und etwa in der Mitte machen wir nochmal seinen und das ist dann unsere unsere Blaupause für da nach nach oben und so können wir den unteren Kreisel mit einem Kreisel hier oben verbinden wo wir den Ausgang auf unseren Mainbus führen und wir können auch sicherstellen wir haben wahrscheinlich brauchen wir auch hier in der Mitte vielleicht nicht unbedingt einen Kreisel aber doch zumindest eine Abzweigung für die Bahn oder für die Wartebahnhöfe die von oben kommen für die unteren für die unteren Bahnhöfe Nun wie ihr sehen könnt da ist noch einiges an Arbeit vor mir und wenn wir dann diesen Teil haben müssen wir denke ich schließen wir das ganze mal an das Stromnetz an denn hier möchte ich eigentlich auch noch gerne ein paar Radare haben damit wir sehen was denn so läuft auf dem Gebiet von unserer Basis wo wir auch Züge haben und dann haben wir hier quasi eine oben unten Nord Süd Verbindung und irgendwo brauchen wir eigentlich da dazwischen aber das werden wir alles raus finden bis zum bis zum nächsten Cut inzwischen sind ein paar mehr Gleise verlegt wir haben hier unten mehr Wartebahnhöfe so viel wie wir hier rein bekommen können so dass wir hier noch die Kurve kriegen und hier oben haben wir auch Wartebahnhöfe die sind etwas breiter auseinander platziert denn im unteren Bereich haben wir weniger Bahnhöfe für die wir Abstellgleise oder Wartegleise brauchen und hier auf dieser Seite haben wir auch etwas mehr ausgeplant aber wenn wir hier nach unten erweitern wollen da haben wir doch etwas Wasser im Weg das heißt vielleicht sollten wir uns die Mühe machen und etwas von unserem Stein in Landfill Landaufschüttung umsetzen verwerten machen machen das hier wir machen das mit dreimal Input und denke ich ein Ausgang wird reichen und bis wir da die Landaufschüttung dann effektiv brauchen sollten wir genügend produziert haben und sonst warten wir einfach ein Weilchen länger und wie ihr seht habe ich mir inzwischen ein Automobil gebastelt damit ich hier schneller unterwegs bin denn die Wege von hinten nach vorne die sind nicht mehr gerade kurz und brauche oft einfach ein paar mehr Materialien und was wir auf unserer auf der Seite von unseren Gleisen auch haben wollen sind Radare so dass wir sehen können was da denn so abgeht und hier oben sind mir die Gleise ausgegangen drum werden wir dies mal nachholen und da sehen wir auch die Gleise die sind ganz knapp nicht mehr im Bereich von den Radaren die wir aufgestellt haben das heißt wir müssen hier an dieser Linie auch ein paar Radare platzieren so dass wir sehen können was denn da so abgeht wenn wir die Karte anschauen dann sehen wir wir haben doch einiges an Gleisen verlegt und der nächste Schritt für unsere Gleise ist im Prinzip wo bekommen wir die Materialien her die wir an unseren Bahnhöfen hier ausladen wollen und dafür benötigen wir einiges an Schmelzen und entweder können wir die an einem zentralen Ort haben oder wir können sie verteilt haben und ich denke zumindest für in dieser frühen Phase machen wir sie verteilt indem wir beispielsweise ein Zinnfeld uns auswählen das Zinnfeld mit Beförderern bestücken und die dann direkt in die Schmelzöfen geben sodass wir Zinn raus bekommen welches wir dann anliefern können das wird aber nur funktionieren wenn wir nicht überall wo wir schmelzen haben auch Kohle brauchen denn dann müssen wir auch überall zuerst Kohle anliefern bevor wir schmelzen können drum denke ich werden wir für solche schmelzen dann die elektronischen Varianten benutzen und die brauchen einiges an Energie was wir wahrscheinlich derzeit nicht mit Solar und ein paar Dampfturbinen abdecken können drum denke ich bevor wir da den nächsten Schritt machen können müssen wir auf Atomenergie umsteigen aber das ist definitiv ein Projekt für eine andere Folge also das war es für heute ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaltet auch nächstes mal wieder zu wenn wir versuchen wie kommen wir an mehr Strom also bis dann und tschüss bis 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 bis